Ja, ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren SEO-Live. Willkommen heißen live in Anführungszeichen diesmal. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben am vergangenen Mittwoch live gestreamt. Da war Alex Walz auch unser Gast schon, aber wie das in einer Live-Situation manchmal leider so ist, gab es technische Probleme und wir haben uns dazu entschlossen, das Gespräch neu aufzunehmen, damit wirklich ihr mit bester Audioqualität auch die vielen Tipps, Hacks und natürlich auch Informationen mitnehmen könnt. Und von daher, ja, legen wir heute wieder los. Also wundert euch nicht, es gibt keinen Live-Stream, aber ihr habt natürlich jederzeit die Möglichkeit, eure Fragen in die Kommentare zu packen. Da werden wir natürlich sehr gerne drauf antworten. Unser Thema heute ist, ob holistische Landing-Pages im Zeitalter, hätte ich bald gesagt, der mobilen Devices überhaupt noch angemessen ist im SEO. Also ob man über sehr holistisch geprägte Seiten wirklich noch Top-Rankings bei Google aufbauen kann. Es gibt da sehr kontrovers diskutierte Meinungen in der SEO-Szene und ich möchte heute mit Alex darüber sprechen. Er ist ja auch da sehr tief im Thema drin, hat auch das ein oder andere Kundenbeispiel mal mitgebracht. Also auch viele Erfahrungen in dem Bereich, auch aus der jüngeren Vergangenheit. Und ich würde vorschlagen, bevor wir da so richtig tief einsteigen, Alex, schön, dass du ja dabei bist und nochmal Zeit gefunden hast, mit uns über das, ja, so spannende Thema zu sprechen. Stell dich doch erstmal kurz unseren Zuhörern und Zusehern vor allen Dingen vor. Wer bist du und was machst du genau? Ja, hi Thomas. Hallo zusammen. Ja, danke, dass ich nochmal da sein darf, nachdem es letztens mal ein bisschen Probleme mit der Internetverbindung gab. Ja, mein Name ist Alexander Walz. Ich bin Gründer und Inhaber oder Geschäftsführer von SEO-Vergleich.de. Wir sind ein Vergleichsportal, ja, für SEO-Dienstleister und, ja, ich war früher eine Zeit lang SEO-Freelancer und habe eben da, ja, eine ganz besonders spannende Erfahrung gemacht, eben auch was eine holistische Landingpage angeht und darüber werden wir heute, denke ich, ein bisschen sprechen und ich werde ein paar, ja, spannende Tipps und Tricks rausgeben können. Genau. Bevor wir damit loslegen, noch kurz der Hinweis, es gibt verschiedene Live, SEO-Live-Termine, die ihr am besten bei uns auf dem YouTube-Kanal euch anschaut, am 2.12. beispielsweise, da nun mal der Hinweis, gibt es quasi eine Live-Analyse einer Website, ihr könnt euch bewerben bis zum 23. November, wenn ihr da Interesse habt, einfach auch in die Kommentare packen, dann nehmen wir euch da quasi mit in die Reihe der Bewerber und im schlimmsten Fall, im besten Fall ist es dann auch so, dass ihr dabei seid bei unserem SEO-Live, ihr habt die Möglichkeit, dann unseren Experten Irina und Christian Simon auch live Fragen zu stellen zu dem, was sie analysiert haben, was man besser machen kann, auch da gibt es eine ganze Menge an Tipps und das kann ich nur empfehlen, wer da Interesse hat, sollte da vorbeischauen, beziehungsweise am 16.12. wird der Sven-Deutschländer zum Thema Google My Business und wie man auf geschickte Art und Weise Sichtbarkeit im lokalen Bereich aufbauen kann, mit mir entsprechend ein SEO-Live-Format umsetzen, auch ganz, ganz wichtig für viele Unternehmen, für mehr als man denkt, das werden wir auch nochmal besprechen, aber das soll nicht unser Thema heute sein, heute geht es um holistische Landing-Pages, vielleicht fangen wir erstmal damit an, Alex, hol doch erstmal alle vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner ab, was sind genau holistische Landing-Pages, also, ja, wie definieren die sich aus deiner Sicht? Ja, also, eine holistische Landing-Page aus meiner Sicht ist im Prinzip eine Seite, eine einzelne Landing-Page, die ein spezielles Thema sehr ganzheitlich abarbeitet, also, wo man wirklich um dieses Thema herum sämtliche relevante Informationen findet, sodass der Nutzer auf gar keine andere Seite weiterklicken kann. Das ist für mich eine holistische Landing-Page und da wird eben oft dann differenziert zwischen eben so einer holistischen Landing-Page und als Alternative eben beispielsweise eine allgemeinere Seite, wo dann aber sehr häufig dann weiter runter verlinkt wird, also, dass es auch im Prinzip ein Thema in kleinere Stücke aufgeteilt wird und das ist eben so der Gegensatz zu der holistischen Landing-Page, über die wir heute sprechen werden. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht die ketzerische Frage, funktionieren denn holistische Landing-Pages? Ich habe es in meiner Einleitung gesagt, auch, wo, ich sage mal, das mobile Surfen immer relevanter wird und auch, ja, vom Anteil her immer wichtiger wird und der Fragestellung, ob überhaupt solche langen Inhalte noch gelesen werden und somit auch für Google relevant sind. Geht das noch? Also, funktioniert diese Art von Seiten noch? Ja, also, ich hatte ja erwähnt, oder du hattest erwähnt, dass ich da auch früher die Erfahrung in dem Bereich schon gemacht hatte und es ist tatsächlich so, ich habe mit einem Kunde, als ich noch als Freelancer tätig war, vor zweieinhalb Jahren ungefähr, eine holistische Landing-Page aufgebaut zu einem sehr generischen Thema und diese Seite hat 11.000 Wörter gehabt. Wenn man sich das mal bildlich vorstellt, da sind ungefähr 30 DIN A4-Seiten in einem Word-Dokument. Also, das ist unglaublich lang und wir haben ein Jahr ungefähr gebraucht, dann waren wir damit auf eins, dann ging es mal hoch, mal wieder runter, aber wir sind jetzt gerade auch wieder seit zwei, drei Monaten durchgehend auf Platz eins. Das heißt, ja, es kann definitiv funktionieren, auch noch in Zeiten, ja, wo natürlich das Thema mobile Webseite oder Webseiten aufrufen per Tablet und Smartphone eine große Rolle spielen, aber es funktioniert trotzdem noch. Die Frage ist natürlich, warum das der Fall ist und ich glaube, dass die Nutzer einfach, wenn man so auf so eine holistische Landing-Page kommt, wenn sie sehr gut von der Usability hier aufgebaut ist, dass es auch weiterhin möglich ist, eben sich mobil per Smartphone und Tablet durch so eine Seite zu navigieren und dann ist am Ende das Nutzerverhalten auch ein positives und das funktioniert auch bei Google. Was denn, bevor wir mal so in die Tipps oder in die Hacks einsteigen, worauf sollte man grundsätzlich achten und für wen sind denn holistische Landing-Pages? Gibt es bestimmte Branchen aus deiner Sicht? Worauf muss man achten, ob es funktioniert oder nicht? Wovon machst du das abhängig? Lass uns doch da erstmal mit einsteigen, damit man überhaupt so ein grobes Gefühl dafür bekommt, wo holistische Landing-Pages überhaupt funktionieren aus deiner Sicht. Also ich würde es nicht mal auf spezielle Branchen beziehen, das ist da relativ unabhängig davon, sondern die Frage ist tatsächlich, was ist die Suchintention des Nutzers? Also bei der Erstellung von einer holistischen Landing-Page hat man in der Regel immer ein Ziel-Keyword oder eine Ziel-Such-Intention, die man mit dieser Seite befriedigen möchte. Das ist dann oft ein allgemeineres, generisches Keyword, was oft auch aus einem Wort besteht, muss nicht zwingend der Fall sein, aber das ist ja ein gewisser Aufwand, so eine Seite zu machen. Das heißt, das sollte ein generisches Wort mit einem entsprechenden Suchvolumen in der Regel auch sein, damit sich das Ganze einfach lohnt. Und wichtig ist eben, dass die Suchintention hauptsächlich informativer Natur ist. Das heißt, der Nutzer, der einen Suchbegriff eingibt, ich nehme jetzt gerade mal das Beispiel Lebensversicherung, der hat verschiedene Fragen zu diesem Thema, aber jetzt in der Regel gibt es nicht eine konkrete Fragestellung, wenn man dieses Suchanfrage bei Google eintippt. Also nicht jeder Nutzer hat hier dieselbe Fragestellung, sondern es gibt viele verschiedene. Das heißt, man muss dazu einfach eine Ratgeberseite, eine Infoseite zum Beispiel bauen, die sehr umfassend ist und eben die Fragen aller Nutzer idealerweise beantwortet. Das ist so eben die typische Seite, die sich, oder die typische Suchintention, die sich bei einer holistischen Landing-Page lohnt. Was wiederum weniger funktioniert, sind eben E-Commerce-Seiten. Also wenn man jetzt speziell iPhone kaufen als Beispiel oder ein konkreter Produktname, da sind holistische Landing-Pages in der Regel nicht zielführend, weil der Nutzer eher einen Online-Shop oder ähnliches in der Form erwartet. Das ist auch ganz wichtig, der Punkt. Wir haben da auch schon mal ein SEO-Live drüber gemacht. Ich habe da auch schon mal was drüber gesagt in einem Vortrag. Gerade dieses Thema Suchintention, das würde ich gerne nochmal kurz aufgreifen, auch für die neuen Zuhörer oder Zuseher, die sich vielleicht mit dem Thema noch gar nicht so auskennen. Die meisten wissen hoffentlich mittlerweile, dass so die Keyword-Recherche eigentlich so der erste Schritt ist. Und dann ist aber der große Fehler, den viele immer noch machen, dass sie auf Basis der Keyword-Recherche dann versuchen, eine Content-Strategie zu entwickeln. Und das ist, genau wie du gesagt hast, nicht immer gut, weil der Suchintent unter Umständen ein anderer sein kann. Der kann sich auch im Laufe der Zeit, kann der sich verändern oder Google kann sehr viel testen, diversifiziert da entsprechend. Und es ist einfach wichtig nochmal, ich sage immer so, die Keywords nochmal zu überprüfen, ob die Absicht, die der Nutzer hat und die Google entsprechend dahinter vermutet, ob die mit dem, was ich als Content-Ziel habe, übereinstimmt. Das ist, glaube ich, erstmal so das Wichtigste, damit überhaupt die Voraussetzung geschaffen ist, was du auch gesagt hast. Genau, also der erste Schritt, Keyword-Recherche, im zweiten Schritt schauen, die Keywords, die ich ausgewählt habe, was für ein Content muss ich dazu erstellen? Kann ich wirklich informativen Content bauen, also zum Beispiel eine holistische Landingpage oder muss ich hier eher ein Produkt vorstellen oder eine Online-Shop-Seite bereitstellen? Genau, ich kann es nochmal ganz kurz zeigen, vielleicht für die es interessiert. Wir haben in der Content-Suite, haben wir ja auch ein entsprechendes Modul, beziehungsweise helfen wir ja verschiedene Recherchen und Benchmark-Analysen umzusetzen. Und da gibt es einen Bereich Fragen auswählen, das heißt, es gibt eine klassische W-Fragen-Analyse, aber die unterschiedlich, in Anführungszeichen, gepolt ist. Einmal analysieren wir die Top 30 Wettbewerber zu dem jeweiligen Suchbegriff, wo man zu ranken möchte. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man sieht, was machen die vordersten Wettbewerber, was machen die vielleicht anders, besser. Man kann sich inspirieren lassen, wir haben Google Suggest drin und kann die dann direkt mit ins Content-Briefing übernehmen. Das heißt, es ist hier ganz wichtig, auch das, was du gesagt hast, in der W-Fragen-Analyse überhaupt mal das Potenzial zu sehen, wie breit muss ich meinen Content theoretisch aufbauen, dann zu schauen, wie ist das Suchvolumen zu den jeweiligen Keywords oder Themen vielmehr. Macht es Sinn, da entsprechend Fragen aufzugreifen? Das sind alles so Themen, da sollte man sich am Anfang mit beschäftigen, um auch wirklich einen groben Überblick zu haben und wirklich perfekt auch von der Seite aus einen sehr umfangreichen Artikel zu schreiben. Du hast eben selbst gesagt, in deinem Beispiel oder Case, den du eben genannt hast, waren es dann schlussendlich 11.000 Wörter. Das muss jetzt nicht immer so sein. In der Ausführlichkeit, in der Länge, das hängt auch von verschiedenen Parametern, aber das kommt zu meiner nächsten Frage. Gibt es da irgendeine Schallmauer, Schallgrenze aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wie holistisch geprägt, in Anführungszeichen, eine Seite aufgebaut sein sollte? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt da so zwei Faktoren, die die Ganzheitlichkeit so an der Seite einschränken. Das ist als Hauptgrund eigentlich die Usability überhaupt, also dass man auf der Seite auch wirklich die Informationen findet, die der Nutzer sucht, weil wie gesagt, wenn wir den Begriff Lebensversicherung zum Beispiel nehmen, da stecken, je nachdem welcher Nutzer danach sucht, hat der Nutzer eine ganz andere Fragestellung. Das heißt, es gibt 100 Nutzer mit vielleicht 80 verschiedenen Fragestellungen und die müssen auf der Seite dann beantwortet werden. Und der Nutzer muss dann im Prinzip relativ einfach, auch mobil, wie du vorhin erwähnt hast, eben die Informationen finden, die er sucht. Und deswegen ist das Thema Usability der wichtigste Faktor überhaupt bei einer holistischen Landingpage, der eben dann aber auch einschränkend irgendwann wirken kann. Weil wenn die Seite nicht mehr 11.000, sondern 20.000, 30.000 Wörter lang ist, dann ist natürlich irgendwann die Frage, kannst du das durch, selbst durch die optimale, perfekte Usability-Umsetzung überhaupt noch hinbekommen, dass der Nutzer die Frage, die Antwort auf seine Frage findet. Und da bin ich dann natürlich auch am Zweifeln. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, also die 11.000 Wörter, das ist schon relativ grenzwertig. Wir haben natürlich ein paar tolle Sachen eingebaut, wo man das von der Usability ja schon gut umgesetzt hat. Aber wenn es noch deutlich länger wird, dann stelle ich das schon ein wenig in Frage, ob das ja überhaupt machbar ist. Und der zweite Punkt vielleicht noch ganz kurz, der so ein bisschen einschränkend wird, ist tatsächlich, ja, sind Meta-Title und Meta-Description, hauptsächlich Meta-Title. Weil, wenn ich natürlich ein Thema allzu umfassend darstelle, dann habe ich zwar auf der Seite selbst alle Antworten zum Thema, aber ich habe natürlich nur einen einzigen Website-Title, den ich festlegen kann und den man bei Google dann findet. Das heißt, ich kann dann irgendwann nicht mehr mit dem Website-Title vernünftig die Antwort oder dem Nutzer die Info geben, was er auf der Zielseite tatsächlich findet. Das heißt, hier ist man natürlich dann auch schon irgendwann eingeschränkt und sollte dann thematisch natürlich dann schon wirklich auch bei dem Thema bleiben und nicht zu weit darüber hinausgehen, weil man das dann eben im Website-Snippet auf der Google-Suchergebnisseite einfach nicht mehr abbilden kann mit dem Title und mit der Description. Jetzt ist es ja so, dass man im Grunde genommen, also man darf natürlich nicht den Fehler machen, das vielleicht nochmal kurz eingeworfen, den meisten wird das bekannt sein. Wenn man jetzt eine Seite oder ein Thema sich ausgesucht hat, man ist aber vielleicht noch gar nicht Experte in dem Thema. Das heißt, man hat auf seiner Webseite vielleicht ganz andere Themen bisher bearbeitet und entscheidet sich dann, ein neues Thema zu erschließen oder einen neuen Bereich. Dann muss man natürlich, darf man nicht den Fehler machen zu glauben, man hat eine holistische Landingpage und dann rankt man irgendwo dazu, sondern da geht es auch darum, dann wirklich Content in der Form zu produzieren, der das ganze Thema auch nochmal ergänzt, um wirklich auch Google quasi so eine Art der Expertise auch aufzuzeigen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, dass man auch berechtigt ist, in Anführungszeichen, für dieses Thema dann auch gerankt zu werden. Das machen auch sehr, sehr viele immer falsch. Wo es mir nochmal drauf geht, ich möchte nochmal so ein bisschen auf die Länge raus. Du hast es eben gesagt, Usability. Da gehört natürlich auch das Thema Formatierung explizit dazu. Was sind so da deine Kernthemen, die du da immer berücksichtigt, was so Formatierung eines Textes und so weiter angeht, was sind da so die typischen Dinge, worauf du achtest? Also Formatierung eines Textes ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der holistischen Landingpage, weil die Seiten sehr lang sind. Das heißt, der Nutzer muss möglichst schnell zu den einzelnen Abschnitten springen können, die er vermeintlich mit seiner Suchanfrage ja sucht, wo er dort seine Antwort sicher hofft. Das heißt, man sollte da dann, wenn man natürlich mit Zwischenüberschriften arbeitet, das sollte selbstverständlich sein bei so einem langen Text, sollte man idealerweise nicht nur die klassische H1, H2, H3 Überschrift verwenden, die so zum Beispiel WordPress zur Verfügung stellt, sondern man sollte hier wirklich spezielle Formatierungen anwenden, die Hauptkategorien nochmal auch farblich zum Beispiel deutlich differenziert zu irgendwelchen Unterkategorien. Also, dass der Nutzer wirklich erkennt, okay, wir haben hier acht Hauptkategorien auf dieser Seite und innerhalb jeder Hauptkategorie gibt es zum Beispiel nochmal sechs Unterkategorien. Und das sollte einfach farblich, Hintergrundfarben, irgendwelche Icons können verwendet werden, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Am Ende ist einfach diese Differenzierung wichtig, dass der Nutzer sofort erkennt, in welchem Bereich man sich bewegt. Also, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Abschnitte innerhalb der Webseite gut differenziert werden und dann haben wir natürlich das Thema Fettmarkierungen. Nicht übertreiben, auch ganz wichtig, manche Webseiten haben dann in jedem zweiten Satz eine Fettmarkierung, das hilft dann auch keinem mehr, aber dass man in, ich sag mal so, in jedem Absatz zum Beispiel eine Fettmarkierung drin hat, ein Absatz sind dann drei, vier Sätze zum Beispiel, da ist es dann gut möglich, dass man dem Nutzer direkt zeigt, in diesem Absatz geht es um dieses bestimmte Thema. Ich glaube, das ist, was die Formatierung betrifft, sind so die beiden wichtigsten Punkte eigentlich. Ich glaube, ergänzend kann man noch sagen, das hast du gesagt, dass es übersichtlich ist, das ist das Thema auch Usability, ich muss den Lesefluss, da habe ich nicht unterbrechen, das ist ganz wichtig. Hier ist so das Thema Table of Contents, das heißt, Inhaltsverzeichnis noch zu nutzen, was dann so ein Navigator quasi auch für einen Nutzer ist und, und das darf man auch nicht vernachlässigen, auch das ist ein Thema, ich zeige es nochmal ganz kurz, das hat natürlich auch Vorteile für das Snippet, wenn ich die IH-Überschriften quasi mit einem Anker versehen habe, ihr seht das hier vielleicht in diesem Beispiel, da ist eine Seite, die hat hier unten noch diese Side-Links, Vorteile, papierloses Büro, Cloud-System als Tipps damit, wenn ich da jetzt draufklicke, dann werde ich genau an die Stelle dieser Webseite geleitet und muss hier nicht irgendwie mich noch durchnavigieren, weil es eine extrem lange Webseite ist, sondern ich habe die Möglichkeit, dann diese Anker-Punkte quasi Google zu übergeben und die werden in Snippet implementiert, das heißt, ich habe hier nochmal die Möglichkeit, auch mich nochmal zu differenzieren vom Wettbewerb, was ja auch ganz wichtig ist. Ja, definitiv. Also, wenn du willst, kann ich dir auch mal kurz ein Beispiel zeigen, wie wir die Table of Content und diese Navigation gelöst haben. Wir versuchen das mal hier mit dem Bildschirm teilen. Genau. Kann man das gut erkennen? Das sieht man, ja. Also, das ist jetzt genau das, was du beschrieben hattest. Hier hast du im Prinzip ein Inhaltsverzeichnis mit den Hauptpunkten, das sind jetzt hier zum Beispiel die Hauptkategorien zum Thema Lebensversicherung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, die Basics zur Lebensversicherung, dann springt der Browser automatisch dorthin, das heißt, interne Verlinkung über eine Sprungmarke und das wäre jetzt, wären das hier zum Beispiel nochmal Unterpunkte, also Unterkategorien oder Unterfragestellungen, die eben inhaltlich abgearbeitet werden und hier arbeitet man auch dann wieder mit Sprungmarken, dass der Nutzer tatsächlich innerhalb dieser großen holistischen Landingpage, ja, ganz simpel navigieren kann. Der zweite Punkt, den ich auch sehr wichtig finde bei einer holistischen Landingpage, was die Usability angeht, ist eben hier, wie man auf der rechten Seite sehen kann, eine Navigation, die tatsächlich mit scrollt. Der große Mehrwert ist dann hier einfach, dass man wirklich direkt sehen kann, wo man sich aktuell befindet, weil gerade eben der Link, der, wo man sich inhaltlich von der Position gerade bewegt, auch unterstrichen dargestellt wird und auch die Bereiche, die dann aufklappen, dass man da eben sich auch gerade an der Position befindet und das macht die, ja, die Bedienbarkeit, zumindest am Desktop-PC, unglaublich einfach. Absolut. Ja, super Beispiel. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang das Thema Markups? Thema Org, also FAQ zum Beispiel, gerade bei holistischen Landingpages macht das hier und da durchaus Sinn, aber auch andere. Wie wichtig und wie intensiv arbeitest du damit? Also, Markups kann man, glaube ich, unabhängig jetzt von holistischen Landingpages natürlich, sollte man immer irgendwie verwenden, weil sie einfach in der Regel einen großen Mehrwert bieten, wenn sie denn in den Suchergebnisseiten von Google dann zusätzlich angezeigt werden. Also, das Thema FAQ-Markup ist sicherlich ein sehr wichtiger Punkt für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen. Also, man hat die Möglichkeit, einfach auf einer Webseite, ja, dieses klassische FAQ, was man kennt, auch von Support-Seiten zum Beispiel, kann man auf einer Webseite darstellen, Frage, Antwort, Frage, Antwort, und wenn das entsprechend gekennzeichnet wird im Quelltext, dann kann Google diese FAQ-Snippets in den Suchergebnisseiten anzeigen, und das erhöht natürlich die Fläche in den Suchergebnisseiten vom eigenen Snippet. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mal ein Beispiel zeigen. Ach so, ja, Sekunde, warte mal, hast du bei dir eins drauf, ein Beispiel? Du könntest mal zum Beispiel nach SEO-Agentur Berlin suchen, da müsste was angezeigt werden. Du hast, das ist dein Bildschirm, kannst du gerade schauen. Ach so. Da siehst du halt hier, siehst du unsere Seite, und hier werden jetzt zum Beispiel zwei Snippets angezeigt. Also, das sind dann die FAQ-Punkte, da kannst du dann entsprechend draufklicken, dann siehst du halt hier die Antwort auf die entsprechende Frage. Und das erhöht hier einfach die Fläche des eigenen Snippets, was am Ende dazu führt, dass die Klickrate halt höher ist, und eine höhere Klickrate ist entweder direkt oder indirekt, darüber wird noch gestritten, ein Ranking-Faktor bei Google. Von daher ist das FAQ-Snippet sicherlich eins der wichtigsten Markups, die man auf so einer holistischen Landingpage verwenden kann. Genau, du hast ja gesagt, das ist eigentlich so Standard, das gilt nicht nur für holistische Landingpages, sondern sollte man schauen, dass man das, wenn die Möglichkeit besteht, das zu integrieren, um sich auch zu differenzieren, um noch mehr Präsentationsfläche quasi in den organischen Listings bei Google zu erwirken. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich mit beschäftigen sollte. Was sind weitere Erfolgsfaktoren von holistischen Landingpages, die für dich wichtig sind, darüber hinaus, über die Themen, die wir bisher schon hatten? Also, was sicherlich auch ein Punkt ist, ist das Thema interne Verlinkung. Das spielt ja in der Suchmaschinenoptimierung ohnehin eine sehr große Rolle, wird aber häufig unterschätzt. Bei einer holistischen Landingpage ist es so, dass man natürlich innerhalb der Seite, wie gesagt, mit diesen Sprungmarken verlinken kann. Das ist auch wichtig, dass man zu den einzelnen Abschnitten eben springen kann. Man kann innerhalb dieser Seite aber natürlich auch auf andere Seiten weiter verlinken, wo man einfach ein Thema dann nochmal intensiver abarbeitet, aber es vielleicht nicht sinnvoll ist, das gerade auf die holistische Landingpage zu packen. Und der nächste Punkt, der natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man auf die holistische Landingpage selbst verlinkt, dann sollte man natürlich auch unbedingt schauen, dass man, wenn die Seite wichtig für, innerhalb der eigenen Unternehmenswebseite ist und man damit wirklich ranken möchte, dass man diese Seite häufiger verlinkt, weil je häufiger intern auf diese Seite verlinkt wird, desto relevanter wird sie natürlich auch durch Google anerkannt. Und der zweite Punkt ist, dass man sich wirklich Gedanken macht, mit welchem Link beziehungsweise Ankertext verlinkt man auf die holistische Landingpage. Heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auf den Begriff Lebensversicherung optimiert, eine spezielle holistische Landingpage, dann sollte man schauen, dass man idealerweise ausschließlich mit dem Begriff Lebensversicherung auf diese holistische Landingpage intern verlinkt, weil Google dann einfach erkennt, naja, anscheinend hat diese Zielseite ja etwas damit zu tun, mit diesem Begriff, also pushen wir das Ranking entsprechend hier ein bisschen für Lebensversicherung. Absolut. Wie wichtig sind weitere Content-Formate aus deiner Sicht? Also wir wissen klar, Google basiert auf Text oder ist eine Text-Suchmaschine von Hause aus, hat aber über die Jahre sehr viele weitere Formate implementiert, sei es Bilder, sei es Videos, vor einiger Zeit auch Podcasts, also auch das Audio-Format ist hier ein relevantes Thema geworden, wenn noch nicht so wichtig wie Bilder oder Videos. Wie wichtig sind, ist eine Content-Diversifizierung, gerade auch bei vielleicht, gerade auch bei holistischen Landingpages aus deiner Sicht? Also allein schon die Tatsache, dass eine Seite 11.000 Wörter lang ist, spricht natürlich schon dafür, dass man einfach ein bisschen Abwechslung reinbringt und mal Bilder verwendet, mal ein Video einbindet, natürlich immer auch im Hinterkopf behalten, dass man die Ladezeit nicht unnötig in die Höhe treibt, weil das ist natürlich auch ein Ranking-Faktor, gerade mobil, also auch nicht übertreiben, aber am Ende des Tages muss man tatsächlich schauen, was erwartet der Nutzer. Also einfach nur Bilder reinzupacken, und damit Bilder drin sind, das würde ich nicht empfehlen, gleiches gilt auch für Videos oder Podcasts, sondern ich würde wirklich schauen, was erwartet der Nutzer, was ist seine Suchintention? Wenn man ein Thema, zum Beispiel gerade bei holistischen Landingpages, die sehr ganzheitlich sind, da sind sicherlich Themen dabei, die erklärungsbedürftig sind und da macht es halt oft Sinn, auch mal eine tolle Grafik oder ein spannendes Video oder auch einen Podcast mit reinzupacken, der vielleicht das ganze Thema nochmal deutlich umfassender auseinander nimmt. Aus dem Grund würde ich einfach schauen, was erwartet der Nutzer im Kontext mit dem Haupt-Keyword, aber vielleicht auch mit den Unter-Keywords, die man auf der Seite platziert und dann entsprechend überlegen, ob man die Sachen nicht vielleicht auch in einem speziellen Format, wie jetzt Video oder Bild, einbinden kann. Absolut. Auch da vielleicht mal nur ganz kurz der Hinweis, beziehungsweise, ich mach mal deine Seite eben weg, nimm meinen Bildschirm nochmal, auch hier haben wir ein neues Feature bei uns in der Contents-Suite, was extrem hilfreich ist, und zwar eine Content-Format-Analyse. Das heißt, man kann sich bei den Top-Seiten pro Keyword, was man hier sucht, zum Beispiel die Lebensversicherung, hatte ich jetzt mal parallel eingegeben, du hast eben das Beispiel genannt, kann man sich von den Top-Seiten anzeigen lassen, wie die zum Beispiel, welche Videos die verwenden, ich kann das mal sortieren nach Bildern, dann sieht man, der eine hat 24 Bilder im Einsatz, einer hat 17, der andere 14, 10, das kann ich mir dann auch anzeigen lassen, welche Bilder das sind, das heißt, ich kann mir so ein bisschen auch Inspiration holen, gleiches gilt auch für Videos, wenn ich da noch sortiere, kann ich mir das anschauen lassen, kann das auch sehen, was machen die Top-Seiten versus den anderen dahinterliegenden Seiten, bis hin auch zu, welche PDF-Dateien werden verwendet, beziehungsweise, welche Tabellenformate sind verwendet worden, und man hat die Möglichkeit, sich auch einen Gesamtüberblick zu holen, das wäre ja auch mal ganz wichtig, gerade wenn man jetzt darum geht, Content-Formate zu diversifizieren, zu schauen, wie kann ich mich differenzieren mit dem Medien-Explorer, den wir haben, sieht man eine Komplettübersicht an Bildern oder Medien, in dem Fall, die kann ich auch auf die Bildgröße noch beschränken, da gibt es rechts eine Filterfunktion, wer da Interesse hat, können wir euch das gerne auch mal kostenlos zeigen, einfach kurz melden, Kommentar reinschreiben oder testen, gerne zeigen wir euch das mal, aber ich glaube, ich finde es ganz wichtig, und darauf wollte ich hinaus, dass man sich genauso, wie auch bei den Wettbewerbern am Anfang, sich mal eine grundsätzliche Analyse anschaut, was macht der Wettbewerb, was kann ich da aufgreifen, weil das Ziel sollte ja eigentlich immer sein, besser zu sein als die Besten, damit ich auch wirklich Top-Rankings habe, und das gilt nicht nur für Textinhalt, sondern das gilt natürlich auch für alle anderen Formate, kann ich vielleicht eine Infografik schöner darstellen, habe ich vielleicht mit zwei, drei Bildern die Möglichkeit, das noch besser zu zeigen, du hast es gesagt, gerade wenn der Text mehrere tausend Wörter lang ist, geht es auch darum, den Leser bei der Stange zu halten quasi, und da sind natürlich andere Content-Formate, das sind ja jetzt nur einige, die wir genannt haben, da gibt es sicherlich noch mehr, White Paper und so weiter, wie man das auch aufsplittet, sind hier eine hilfreiche Möglichkeit, um weiterführende Informationen zu zeigen, das Ganze etwas aufzulockern, visuell darzustellen, auch das sind ja ganz wichtige Aspekte, die man da bei der Produktion der Inhalte letztendlich berücksichtigen sollte. Ja, also bin ich voll bei dir. Ich bin da, muss ich ehrlicherweise gestehen, immer noch so alte Schule und gucke mir die Wettbewerbe dann manuell an, was ich auch grundsätzlich immer empfehlen würde, aber wenn man dann so ein Tool natürlich wie von PageRangers oder die Content Suite hat, dann ist es natürlich vieles, was du automatisieren kannst, und du kannst gerade, wenn du solche Landingpages in Masse produzierst, oder zumindest im größeren Umfang, oder als Agentur, dann kannst du, glaube ich, den Prozess einfach nochmal so ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, das ist einfach so der Mehrwert, den man hat, und von daher empfehle ich auch mit Tools, soweit es geht, auch zu arbeiten, weil die werden einfach von Mal zu Mal besser mit jedem Jahr, und ich glaube, es wird auch nicht mehr lange dauern, dass man da dann wahrscheinlich bessere Ergebnisse erhält, zumindest, also in manchen Bereichen ist es ja definitiv schon so, aber als wenn man es manuell händisch machen würde. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ein Zeitfaktor bei vielen, und dann jetzt, ich sage jetzt mal, das zu recherchieren, entweder auf Knopfdruck mit verschiedenen Filterfunktionen, aber ja, ist genau wie das, der eine macht es händig lieber, der andere nutzt die, das ist ja, ich habe bereits gesagt, Geschmackssache hängt von den Ressourcen ab, wie Gewichtungsschwerpunkte man wie legt, auf dem gesamten Thema Content-Prozesserstellung, das ist ja so die Thematik. Wie wichtig ist das Thema? Auch da möchte ich gerne nochmal darauf hinaus, weil auch das ist ein ganz wichtiges Thema, was unheimlich viele, viele falsch machen. Der Inhalt ist gebaut, ist konzipiert, entwickelt, umgesetzt, und jetzt gilt es so, das Ganze mal einwirken zu lassen, Google die Möglichkeit zu geben, die Seite zu indexieren, zu verstehen, wie die internen Verlinkungen aufgebaut sind, also das Ganze in den Index zu nehmen. Und jetzt kann es ja durchaus drei, sechs, zwölf Monate dauern, je nachdem, in welcher Branche ich mich befinde, wie so die Rahmenparameter aussehen, bis ich erstmal überhaupt eine Entwicklung sehen kann. Das geht manchmal schneller, hängt von verschiedenen Aspekten ab, vom Thema Branche, Wettbewerbsdichte und, und, und. Das wissen wir. Aber wie wichtig ist auch das Thema, und da möchte ich darauf hinaus, aktiv am Inhalt weiterzuarbeiten. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, oder was hast du da für Tipps, wie man da vorgehen sollte? Also, ich glaube, das kommt tatsächlich auch sehr, oder hängt sehr stark davon ab, welches Thema man auf seiner Seite, auf dieser holistischen Landingpage bearbeitet. Denn es gibt Themen, da passiert einfach nicht mehr so viel. Wenn wir uns jetzt, ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon genannt, Goethe, wenn ich eine holistische Landingpage zum Thema Goethe erstelle, da mag sein, dass die Forschung da alle fünf Jahre nochmal irgendeine Neuigkeit herausfindet, wenn überhaupt, aber in Summe ist das Thema durch, es ist alles geschrieben, man weiß alles darüber. Das heißt, wenn man hier eine tolle Seite erstellt hat, muss man da theoretisch nicht mehr viel machen. Es kann natürlich sein, dass sich das Internet weiterentwickelt, dass irgendwelche Medien, wie jetzt Podcasts, immer beliebter werden, und dass Google hier auch die Relevanz dann einfach ein bisschen höher setzt. Das heißt, da kann man dann schon mal, ja, etwas ergänzen, aber in Summe, bei so einem Thema würde ich das ganz entspannt sehen. Andererseits gibt es natürlich auch Themen, da muss man teilweise monatlich ran oder sogar wöchentlich ran, also wenn es irgendein Thema ist, das man abarbeitet, wo man, wo es deutlich, wo es regelmäßig News gibt, wo sich technologisch etwas weiterentwickelt, da kann es sein, dass man jede Woche neu an den Text rangehen muss und erweitern, ob jetzt neue Medien, wie Bilder oder Videos, die man integriert oder ob man eben den Text korrigiert, erweitert, ergänzt, das hängt dann tatsächlich davon ab, ja, welcher Inhalt neu hinzukommen soll. Ja, absolut, also ich kann das auch nur, wäre mir auch die eine oder andere Testseite und habe auch mit einer Seite da gerankt, ich glaube, seit zwei Jahren auf Position 1, da war ein relativ hoher Wettbewerb, habe es dann auch über eine holistische Seite da entsprechend nach und nach auf Position 1 geschafft, war da zwei Jahre lang und jetzt irgendwann kam ein Wettbewerber, der dann sehr, ich sage es mal vorsichtig, viele Ideen mitgenommen hat, auch von meiner Seite, das ein bisschen ausführlicher noch zum Teil dargestellt hat, hatte auch vielleicht den höheren Trust, auch das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, Thema Backlinks und auch diese Sogkraft, die darf man ja nicht unterschätzen, ist jetzt auf Position 1, hat mich abgelöst, jetzt habe ich den Text nochmal aktualisiert, bin teilweise auf Position 3, 4, weil ich da einen längeren Zeitraum nichts mehr zu gemacht habe, die Wettbewerbe aber aktiv waren scheinbar und ich dann gar nicht mehr so von Google entsprechend eingestuft wurde, wie ich das zwei Jahre zuvor noch oder die letzten zwei Jahre zuvor gemacht wurde und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Hinweis nur, dass man hier wirklich immer wieder darauf achten sollte und die Texterstellung nie als einmalige Aktion sehen sollte, sondern nachher geht es dann auch darum, so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip zu schauen, was sind meine Traffic-Lieferanten und meine Traffic-stärksten Seiten und macht es Sinn, die einfach zu ergänzen, zu aktualisieren, vielleicht auch darüber hinaus weitere Artikel nochmal zu konzipieren, die das ganze Thema stärken, auch das darf man nie aus den Augen verlieren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Ja, bin ich voll bei dir, also sollte man auf jeden Fall immer im Blick behalten, gerade wenn der Wettbewerb natürlich Seiten hat, die dauernd aktualisiert werden und man selbst nichts macht, das ist natürlich für Google schon ein Zeichen, hier scheint nicht mehr der ganz aktuelle Content vorhanden zu sein. Absolut. Fassen wir einfach nochmal ganz kurz zusammen, ich habe noch einen wichtigen Punkt, also wichtig ist, erstmal zu wissen, ob das Keyword das richtig ist, das muss ich jetzt nicht nochmal ausführlich erläutern, das haben wir am Anfang besprochen, dann ist die Struktur Usability extrem wichtig, die Variabilität, was Content-Formate angeht, interne Verlinkung ist extrem wichtig, das Thema Refreshness oder aktualisieren von Inhalten und dann ist natürlich ein Aspekt, der ebenfalls ganz wichtig ist und den man auch immer wieder auf dem Schirm haben sollte, ist, wie mache ich das Ganze messbar jetzt für mich, also nicht nur einfach zu schreiben und zu sehen, ich habe jetzt hier entsprechende Ranking-Entwicklungen, sondern wie wichtig ist aus deiner Sicht oder wie hast du es gemacht, das Thema Messbarkeit am Ende des Tages, was sind so zum Beispiel KPIs, auf die du dann achtest. Ja, also auf der einen Seite das Thema Rankings, was du natürlich gesagt hast, da hast du dann entsprechend das Tool jetzt wie PageRangers zum Beispiel, wo du einfach die Rankings für deine Haupt-Keywords, aber auch unter Keywords beobachtest. Was natürlich vorher noch kommen sollte, ist, dass du wirklich auch schaust, wie interagieren die Nutzer mit dieser langen, langen Seite, weil du hast natürlich ein Konzept entwickelt, glaubst jetzt von der Usability her, ja, das könnte so funktionieren, aber das ist natürlich immer erstmal so eine These und die muss auch irgendwie bestätigt werden. Das heißt, du nutzt dann Tools wie zum Beispiel Hotjar, das ist eine Möglichkeit, wo du wirklich auch sehen kannst, wie interagiert der Nutzer mit der Seite, also da wird ein Video erstellt, gibt es auch teilweise sogar eine kostenfreie Version, das kann ich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen, dass man dann an den Stellen sieht, wie die einzelnen Verläufe sind, wie der Nutzer sich bewegt hat, da werden dann wirklich dann die teilweise gescreent, so dass man also auch Schwerpunkte sieht, wo der Nutzer sich aufgehalten hat, ne? Genau. Also, das ist ein wichtiges Thema. Natürlich macht auch die, macht es auch Sinn, die Verweildauer in irgendeiner Form zu messen, weil bei einer holistischen Landingpage kann man schon sagen, dass eigentlich das Ziel sein sollte, je länger man auf der Seite ist, desto besser ist vermutlich am Ende auch, ja, die Nutzersignale, die an Google weitergeleitet werden. Das Problem ist nur das zu messen, weil in der Regel ist es so, ob jetzt mit Google Analytics oder welchem Tracking-Tool auch immer, dass natürlich zur Messung der Verweildauer immer der erste Seitenaufruf genommen wird und der letzte. Und bei einer holistischen Landingpage ist das halt oft so, wenn man über Google zum Beispiel auf diese Seite kommt, was ja das Ziel am Ende des Tages ist, dass man damit gut gefunden wird, dass der Nutzer auf die Seite kommt, aber alle seine Fragen schon beantwortet bekommt, auf dieser speziellen Seite und dann eventuell nach 10 Minuten abspringt, aber eben Google Analytics diese Verweildauer nicht messen kann, da es gar keinen zweiten Seitenaufruf gibt. Und da kann man eben dann mit Tricks arbeiten, dass zum Beispiel alle 10, 20 Sekunden durch Analytics oder auch ein anderes Tracking-Programm so eine Art Ping gesetzt wird und dadurch kann man dann die tatsächliche Verweildauer auch messen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich auf jeden Fall lohnt, umzusetzen. Und ansonsten empfehle ich noch das Thema, ja, so eine Analyse, wie weit zum Beispiel bei der Seite heruntergescrollt wird. Das kann man auch über Analytics lösen, einfach um zu sehen, interagiert der Nutzer damit oder bleibt er nur im sichtbaren Bereich und das war's dann. Weil in der Regel bei einer holistischen Landingpage, die natürlich 10.000 Wörter lang sein kann, da sollte natürlich idealerweise der Nutzer auch scrollen. Und wenn er das nicht tut, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass er nicht ausreichend mit der Seite interagiert. Ja, absolut. Und die Search Console auch ein wichtiges Tool, die ich immer empfehle, weil man da nicht nur die Ranking-Entwicklung sieht, sondern was aus meiner Sicht noch viel wichtiger ist, die Leistungsdaten in der Form, dass man sieht, wie häufig man eingeblendet wurde und wie häufig man angeklickt wurde, wo man auch nochmal gespiegelt bekommt, wie gut ist das eigene Snippet, muss man da vielleicht nochmal optimieren, also ist Potenzial vorhanden, Organisches, was man vielleicht hebeln kann, indem man einfach attraktivere Titles, Meta-Descriptions entsprechend nimmt und dann aus dem vorhandenen organischen Traffic schon mal mehr rausholt. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch Rückschlüsse ziehen, wie qualifiziert die Besucher sind, wie sich vielleicht mein Umsatz dahingehend entwickelt, also wenn ich dahinter gestaltet indirekt Umsatz auch vielleicht messe, wie auch immer das von der Zielsetzung ist, ein White Paper zum Download anzubieten, Newsletter-Abondenten aufzubauen, was auch immer dann quasi die Zielstellung ist, auch das kann ich natürlich dann immer ins Verhältnis setzen und schauen, inwieweit das wirklich auch dann relevant ist. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten und gerade auch das Thema Hotjar, also sprich Webseiten zu analysieren, kann ich nur empfehlen. Man hat oder man operiert sehr häufig, ich kenne es bei uns auch, immer mit diesem sogenannten Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass ich glaube, dass es so besser wäre. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft sind wir Lügen gestraft worden, wenn wir irgendwas aus dem Bauch heraus entschieden haben und es nicht messbar gemacht haben und auf fundierten Daten dann im Grunde genommen Entscheidungen getroffen haben, welche Version von Landingpage A, B oder C ist dann die bessere, oder? Ja, da bin ich voll bei dir. Also wir haben ja die Möglichkeit, das ist ja das Tolle, im Internet, im Online-Marketing, wir haben die Möglichkeit, unglaublich viel zu messen, auch wenn wir durch DSGVO und Co, das in den letzten Jahren etwas eingeschränkt worden ist, aber in Summe, wir haben die Möglichkeit, also sollten wir es natürlich auch nutzen. Deswegen nutzt die Tools, wenn ihr da welche habt, ansonsten die, ob Content Suite, Google Search Konsole oder Hotjar, einfach alles mal austesten und gucken, welches Tool passt zu einem und mit was kann man wirklich das messen, was man am Ende auch wirklich dann verwenden kann und daraus auch dann Optimierungsmaßnahmen ziehen kann. Absolut. Lass uns mal so einen kleinen Ausblick in die berühmte Glaskugel werfen. Ich weiß, keiner kann das sehen, Google verändert sich permanent, aber glaubst du, dass holistische Landingpages auch noch eine Maßnahme für die Zukunft tatsächlich sind? Also, gerade wenn wir um das mobile Indexing von Google sprechen, wenn wir so die ganzen anderen Faktoren, die immer relevanter werden, Page Experience, Web Vitals, die dazu gehören, also auch Ladegeschwindigkeit, was ja alles so ein bisschen konträr ist zu langen, umfangreichen Seiten, größere Grafiken oder mehr Grafiken, mehr Text, heißt längere Ladezeiten. Von der Usability haben wir gesagt, mit einem kleinen Bildschirm sich einen Text, der 11.000 Wörter lang ist, anzuschauen, auch wenn da vielleicht die Table of Contents sind, also die Anchor, die wir eben besprochen haben, und dass man so nach dem Tageszeitungsprinzip quasi durchscrollen kann durch den Text. Ist es aus deiner Sicht zukunftsfähig? Also, würdest du Stand heute noch auf diese Strategie setzen und das guten Gewissens auch umsetzen? Oder wie ist es für die Zukunft? Ja, also Stand heute auf jeden Fall, weil ich kann jetzt nur das eine Beispiel nennen, was wir da damals gemacht haben, wir sind da noch auf eins, also jetzt, Stand jetzt, funktioniert das noch und ich muss auch dazu sagen, das Thema mobile Entwicklung, dass mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, die am Tablet oder am Handy surfen und auf Google zugreifen, das waren ja mal vor drei, vier Jahren, wurde, glaube ich, 50 Prozent, über 50 Prozent der Nutzer genannt. Ja, genau, so zwischen 50 und 70 liegen wir da heute, 60, 70 hängt natürlich auch extrem von der Branche ab. Also das ist natürlich auch nochmal so ein Thema, ja. Aber was ich sagen will, ich glaube, diese Entwicklung, die ist schon relativ weit fortgeschritten, also es wird nicht so sein, dass wir irgendwann in, also glaube ich zumindest nicht in zehn Jahren und 95 Prozent der Google Suchanfragen nur noch über das Handy oder über das Tablet kommen werden, weil das halte ich nicht für realistisch. Von daher, da haben wir schon ein relativ hohes Level erreicht und wenn das jetzt noch funktioniert, bin ich auch relativ optimistisch, dass es eben noch in vier, fünf Jahren funktionieren wird. Vor allem, weil Google auch daran arbeitet, dass auch solche Seiten besser erreichbar sind. Also wir hatten ja, was jetzt Google vor kurzem umgesetzt hat in Chrome, dass man vom Featured Snippet, was oben angezeigt wird bei Google, bei manchen Suchanfragen, dass man, wenn man dort auf den Link klickt, direkt zur entsprechenden Stelle auf der Webseite kommt, auch wenn das jetzt nicht ganz oben ist und dass die entsprechende Antwort sogar farblich markiert wird und das spricht ja eher dafür, dass Google hier versucht, auch Seiten, die länger sind, ja, nicht zu bevorzugen, aber zumindest die Usability weiterhin einfach zu halten, dass das alles sehr gut funktioniert. Von daher sehe ich da, stand heute jetzt ehrlicherweise nicht so das Problem. Ja, und das muss man auch so sehen, das kann man natürlich so oder so sehen, aber theoretisch könnte es auch sein, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich einen umfangreicheren Text habe, ich eher zutreffende Ergebnisse habe, je nach Suchanfrage, als wenn ich nur ein bestimmtes Thema abgreife, ne, also auch das kann man, ja, kann man so oder so sehen, der eine sagt, vielleicht ist es auch anders, aber ja, also ich glaube, ich bin da völlig bei dir noch, wir testen da ja sehr viel und ich kann es auch nur unterschreiben, dass holistische Landingpages gut, gut funktionieren und dass man sich hier nur einfach wirklich schlau machen sollte, welche Inhalte liefere ich, Thema Usability abzusichern, ob die Keywords wirklich relevant sind und dann ist es eigentlich so und dann haben wir eigentlich ein ganz gutes Schlussplädoyer, hätte ich bald gesagt, dann ist es einfach wichtig, am Ball zu bleiben, zu überprüfen, ob der Suchintent noch stimmt, der kann sich verändert haben, Google kann sich verändert haben, die Inhalte können sich verändert haben, das Thema, ja, interne Verlinkung, wie auch immer, diese ganzen Kriterien können sich natürlich permanent verschieben und es ist wichtig, da am Ball zu bleiben und eben SEO als Prozess zu sehen und auch das kriegen wir immer wieder mal, auch bei uns im Tool, ja, wir wollen das Tool jetzt mal einen Monat einsetzen, wollen alles mal optimieren und dann müsste ja eigentlich alles wunderbar sein, also, das funktioniert halt nicht, ne, ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man jedem den Zahn ziehen muss, dass SEO langfristig ist, ich sage ja immer, SEO ist kein Sprint, sondern Marathon, wer einen Sprint will, der muss Google Ads nehmen, die Paid-Variante, aber und auch das ist, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, am Endeffekt ist SEO mit einer der günstigsten Kanäle, ja, ich muss nur ein bisschen Geduld haben, wenn ich dann es wirklich geschafft habe, auf die vorderen Positionen zu kommen und das bei meinem Beispiel, weiß nicht, wie es bei eurem Kunden war, aber mit dem einen Beispiel, papierloses Büro, wo ich jahrelang auf eins war und jetzt auf zwei, habe ich 2000 Besucher, qualifizierte Besucher über die organische Suchmaschine bekommen, Hätte ich das in Google Ads investiert, hätte ich, ich glaube, knapp 4 Euro CPC zahlen müssen, also 8000 Euro Monat für Monat investieren müssen, wenn ich das als Jahr umrechne, sind wir knapp bei 100.000 Euro und das zeigt ja schon mal, wie da das im Vergleich ist, klar ist SEO nicht kostenlos, auch das ist ein Mythos, den müssen wir, den müssen wir so hinnehmen, aber es ist auf lange Sicht gesehen einer der günstigsten Kanäle und deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auch mit beschäftigt und für viele ist es auch das Grundrauschen und alles andere baut auf diesem Fundament dann immer auf. Ja, also ich bin auch hier wieder bei dir, SEO und das kann ich auch allen Zuschauern mitgeben, SEO ist eine unglaublich effiziente Geschichte, klar, ihr müsst mit einem Dienstleister zusammenarbeiten und mit Tools arbeiten, die funktionieren, die gut sind, aber wer SEO langfristig angeht und das Thema, also der Schwerpunkt, sollte wirklich auf langfristig liegen, der kann wirklich unglaublich viel Geld sparen, sehr viel Umsatz dadurch auf seiner Webseite, bei einem Online-Shop zum Beispiel, generieren, als jetzt im Vergleich zu Google Ads, weil das ist, wie du sagst, tatsächlich der Sprint, SEO ist der Marathon, aus wirtschaftlicher Sicht, SEO einfach eine richtig tolle Geschichte und kann ich jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ja, das für die eigene Webseite einzusetzen. Sehr schön, Alex, ich danke dir, vielleicht noch kurz der Hinweis an unsere Zuschauer, SEO-Vergleich, da findet ihr, wenn ihr Dienstleister sucht, entsprechende Hilfe, auch da alles gebündelt, könnt ihr euch anschauen, ist bewertet, habt ihr zumindest eine sehr, sehr schöne Anlaufstelle, um das, wenn ihr euch mit dem Thema vielleicht gar nicht so auseinandergesetzt habt, bisher da entsprechende Informationen zu holen, verlinke ich auch in den Shownotes, schaut euch das sehr, sehr gerne an und ansonsten danke ich dir, Alex, für deine Zeit, vielen Dank an die Zuschauer, nochmal sorry für die Tonprobleme bei unserem SEO-Live quasi am vergangenen Mittwoch, das wird, ja, stecken wir nicht drin, kann immer mal wieder passieren, ist bisher noch nie passiert, ist völlig normal, dass wir abhängig sind von Technik und da leider keinen Einfluss drauf haben, nur bis zu einem gewissen Grad, ansonsten nochmal der Hinweis an unsere oder auf unsere anderen SEO-Live-Formate, abonniert gerne auch den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ich danke euch fürs Zusehen, bleibt gesund und bis die Tage.